Weidmann-Zahl, liebe Freunde von Orfa Hunters, Orfa Shooters, wir sind jetzt hier am Stand von FAIR. Und bei FAIR gibt es eine neue Serie, die sich Fossari nennt. Und diese Serie besteht aus fünf Modellen. Wir präsentieren hier vier Modelle, richtet sich logischerweise an den Sportschützen und wird in Deutschland über die ROAG vertrieben. Das Interessante bei der Serie ist, dass erstens alle Modelle mit einer austauschbaren Abzugseinheit daherkommen. Und die oberen drei Modelle, die sich an den Sportschützen wenden, kommen mit fünf Wechselchooks daher. Dazu wird die Serie ausgeliefert mit diesem wirklich wunderschönen Flintenkoffer. Und die ganze Geschichte gibt es natürlich wieder bei Orfa Hunters, Orfa Shooters nachzulesen oder im Video dann hier bei Orfa Hunters, Orfa Shooters. Und die ganze Geschichte gibt es natürlich wieder bei Orfa Hunters, oder im Video dann hier bei Orfa Hunters.